Musik 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 Wir haben uns jetzt Ähm, ja, öffnen Musik Geht's wieder auf Musik Musik Okay Musik Ja, das jetzt da auch öffnen Musik Musik Officer Oh Gott Sag ich doch, da ist nichts Gutes Waffe, 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 Waffe Waffe, 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 Waffe Waffe, Waffe, Waffe Da, nehmen sie Musik 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 Lège Musik Alles Gute Musik ικόse Musik 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 Ich wusste doch, ich wusste, dass es nicht gut enden kann. Okay. Da oben ist am Mädchen. Hilfe! Geh jemanden! Da... Da ist ein Schuss! Okay. Da sind... Walker! Oh Gott! Ich glaube, durch den Schuss haben wir den angelockt. Da auf jeden Schuss. Beziehungsweise Schusssee. Hallo! Jeder! Ich kann laufen. Teeservice. 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 Was? Was? Ich fülle einen von diesen Teacapfen mit etwas Bourbon, wenn ich könnte. Keine Strecke. Ich komme nicht da oben. Dieses Fuß, wo es ist. Hilfe! Wer ist da oben? Ich bin gespannt, ob jemand nach Hause ist. Hallo! Wer ist da oben? Ich brauche etwas Hilfe. Ich glaube, da ist keiner da. Öffnen wir sie doch einfach mal. Wenn es geht. Komm her! Nicht schreien, okay? Hallo! Ich bin kein Intruder. Ich bin nur einer von ihnen. Diese Menschen brauchen mehr Hilfe, als sie. Ich bin kein Intruder. Okay. Was haben wir hier? Malbuch. Ein Einhorn. Mhm. Der Stuhl ist umgefallen. Da haben wir ne Fruchtschade. Der hat was gebäbt. Guck mal, Blut. Und er legt sich jetzt mal fürchter. Ja, okay. Was ist das, Bibel? Das kann ich dir auch nicht beantworten. Guck mal, was auf der Internet steht. Guck mal, was auf der Internet steht. Die Marshals. Das ist ein Savannah-Area-Kode. Aber das ist der Typ von Noten, die du einen Babysitter verlassen würdest. Es gibt drei viele Nachrichten. Einfach mal einstecken. Gute Wahl. Schublade. Nächste, was haben wir hier? Schachteln. Was haben wir hier? Besteck. Was haben wir hier? Noch ne Schachtel. Da haben wir einen Becher Wasser. Ja. 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 Das ist eventuell ein bisschen durchgestellt. Ist gut. Ich weiß nicht, ob wir ein I-Inventar öffnen. Nein. Okay, schade. Jetzt würde ich gerne mal wieder ans Funkgerät gehen. Dann gehen wir mal an den Anruf anwarten. Dann gehen wir mal an. Three new Messages. Message one, left at 5.43pm. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two, left at 11.19pm. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three, left at 6.51am. Clementine baby, if you can hear this, call the police. 9.11am. We love you. We love you. We love you. We love you. This was the next one I was going to say, no? Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my dad. No, I'm not. How old are you? Eight. And you're alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm 37. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. I'm in... I'm not, really. At least by the boats in the river here. I don't know where you to get there.